Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play New Super Mario Bros und ja letztes Mal haben wir hier diese mittlere Burg geschafft dann machen wir einfach mal das nächste Level so 8 Leben haben wir noch da ist meistens noch was so doch nicht komisch dass man da überhaupt hinspringen kann Egal dann schauen wir mal oh du Wasser hoffentlich kriegen wir da gleich am Anfang mal so ein Pilz äh nicht Pilz was meine ich da was labisch da ich hab eigentlich auf einen Pinguin gehob was natürlich um Längen besser wär aber so können wir die ja auch fertig machen D an um wach Okay, jetzt waschen wir hier durch. Uh. 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 Nicht nochmal verlieren. Nein, 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 nein. Okay, jetzt macht den weg. Und der ist auch weg. Halleluja. Geschafft. So, den dort. Klassisch mehr auch? Ach komm, na komm, na komm, na komm. Ja. Kein Bock auf dich. So. So macht man das nämlich. Und dann ist auch einer. Ach, den hab ich nicht erwischt. Ah, jetzt hab ich ihn erwischt. Hier, Z. Sehr. Okay, wie soll man denn da unten hinkommen? Okay, vielleicht, vielleicht kommt man ja so runter. Da ist sicherlich irgendwas drin. Na. Nö, man scheint nicht. Oh, Gott. Ah. Geil. Drei live. Nice. 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 Ich will nicht drüberspringen. Komm her. Na. Geschafft. Boah. Das hat sich gelohnt. Na. Wenigstens noch. Oh. Das bringt zwar nicht viel unter Wasser, aber... Komm schon, komm schon, schnell, 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 schnell zack, zack, den unten machen wir auch noch lieber mal safe weg oh mein Gott ich hasse diese Viecher egal, ich schwimme mir unten durch egal, komm, den unten kriegen wir auch noch diesen komischen Tintenfisch ach nö oje ach ja, wie schnell ist der denn der c'est normal wahrscheinlich so irgendwas gut, er hat sich falsch überlegt komm her erwischt er mich nicht da rein da ok, da ist nix ah, knapp das hätten wir auch noch ein live bekommen egal, wir haben das erste Level zu zeigen geschafft für diese Folge zumindest dann haben wir jetzt memory komm, yeah weiter geht's mit der memory oh ja so hoffentlich schaffen wir diesmal ziemlich viele aber wir haben voll oft ziemlich viele mal geschafft oh, schon mal richtig gemacht ok, nehme dich so um ja na komm ich will es uh, da müssen wir uns sein da, da da, Reut'n Blick nein 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 ich vergesse Reut'n Blick Reut'n Blick einzuschalten oh na na hihihi egal wir haben wenigstens wir haben wenigstens ein paar bekommen uh, die Geisterwelt uh, da uh, das erste Level gleich im erste Anlauf oh wow overhe oh w tut 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 über runter że oder ein Weltkynö Ich guck nicht hin. Oh, 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 oh. Scheiße, das ist scheiße. Jetzt hab ich sie irgendwie verkackt, glaub ich. Komm nochmal her. Komm weiter runter. Komm weiter runter. Kommt hier hinten her. Kommt ruhig. Okay, jetzt geht's nicht mehr. So. Jetzt haben wir beide ausgetrickst. Irgendwie können wir hier durchrushen. Und es ist nach der Sion. Da ist aber leider nix drin. Okay. Das ist natürlich kackig, dass wir da nicht reinkommen. Hier ist auch nix. Oh, das ist auch nix. Okay, wie soll man da jetzt hochkommen? Ah, okay. Wir schauen einfach immer die Geisterten an. Immer weiter anschauen. Oh, ich hab gedacht, das hält an. Okay. Ich lerne einfach aus meinen Fehlern. Oh, ja. Und diesmal müsste ich das irgendwie schneller anstellen. Ich muss als erstes mir diesen Größermacher holen, hier. Drüber jumpen. Zack. Zack, drüber. Jetzt können wir die alle moschen. Das muss noch ein bisschen laufen. Zack, zack. Oh, drüber gesprungen. Ah, noch weggemacht. Das ist aber nur noch ein Geist, der uns auf die Eier, auf die Eier geht, genau. Okay, die sollen wir richtig nichts anbrennen lassen, müssen wir sieben. Zack. So, das haben wir jetzt hier aufgemacht, deswegen kommen wir immer rein. So. Ne, das nix. Oh je. Sieht gut aus. Äh, ich renn weg. Oh, ne, das geht immer weiter runter. Geh ich nicht, ne. Oh je. Ich renne hinterher. Mama. Ach, nö. Wie viele sind denn das? Ach, ne, nicht da weg. Geh doch weg unter dem Ding da durch. Okay. Komm irgendwie hierher. Okay, schampfen wir auf dem drauf. Einen hinter dem her. Ah, lol, die drehen sich um. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben es wahnsinnig groß. Schnell. Oh ja, gesichert doch. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit jetzt hier 50 Leute zu kehren. Okay. Zum Glück rennen ein paar in die andere Richtung. Jetzt rein hier. Wahrscheinlich gäbe es da noch was. Das ist Wasser. Das soll ausgehen. Das soll her. Ja. Wir haben noch das abgeholt. Muss ich mich kurz konzentrieren. War ich kurz still, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zählt. Guck da nicht weg, wenn ich da jetzt hinlaufe. Moment, jetzt probieren wir uns gleich aus, ob die da schon dran gedacht haben. Nee. Okay, nee. Der Geist guckt einfach gar nicht mehr. So, machen wir noch das Level. Wir haben schon 14 live wieder. Ah, das ist schlecht. Ach, egal. Was ist das jetzt so? Kann ich dagegen springen? Ah. Ach ja, sicher. Ja. Egal. Der eine würde mich wenigstens bedürfen. Für mich ist das okay. Ja, ich habe das gegessen. Uh, tack. Münzen. Kann ich dir essen? Ja. Ja. Oh je. Ach nee. Egal. Das haben wir gleich wieder. Das haben wir gleich wieder. Ja. Oh. Das hier liegt noch was. Nee. Gott nicht. Den haben wir. Kann Risiko eingehen. Ja. Verarsch mich doch. Ja. Und zack. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh, Feuer. Oh je. Was bringt was das denn? Oh. Ich will durch die Mitte. Hä? Wie zum Teufel ist der denn abgesprungen? Zack. Zack. Unsere Münze. Oh ja. Oh ja. Das bringt was eigentlich nichts. Damit. Kein unnötiges Risiko. Kommt. Den nehmen wir auch mit. Zack. Okay. Zack. Vergessen. Oh ja. Nein. Ah. 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 Ah nein. 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 Okay. Möchte ich die weg machen? Wir haben jetzt was. Was ist da drin? Das ist da mit dem wieder eingefangen. Was ist da drin? Egal. Damit. Ach ja. Sicher. Oh nein. Das schaff ich niemals. Es ist gut, dass das da steht. Oh. Das wird gut. Komm wieder her. Komm. 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 Yoshi. Oh nein. Ja. Wir haben mich wieder eingefangen. wieder uns so schön anlächelt um und uns dann doch bewirft. Oh ja. Eisblume. Ich weiß nicht, was besser ist. Oh nein. Lieber nicht. Egal. Wir haben jetzt Eisblume gegriffen. Ah. Oh nein. Komm her. Komm her Yoshi. Sonst schaff ich dich nicht. Oh Gott. Hätte ich nicht abgebremst, hätte ich es geschafft. Ah. Ne. So bitter. Egal. Wir haben Eisblume. Ja. Yeah. Und dann gehen wir noch in dieses geile Haus da. Was Römer das nochmal bringt. Ich weiß nicht mehr genau. Zack. Oh. Ah. Okay. Toll. Habe. Drei Stern haben wir schon. Okay. Wir machen noch dieses Level hier mit diesem Habe. Das ist wohl wichtig. Wichtig. ist der weg? Nein, der kommt auch noch. Oh, es war so klar, dass der genau am Anfang des Wiederverlieres wieder verliert. Wenn ich es einmal habe, ist es weg dann auch. Aber da haben wir ja klar bleibt wieder eins, oder? Kann es sein. Wie sollen wir den da mitnehmen? Aber ich will aber Yoshi! Egal. Moment, wir nehmen den da wieder. Wo ist der tot? Ach ja, genau. Ach, das ist ja doch scheiße. Jetzt habe ich gar nichts mehr, oder was? Komm her. Jetzt mach ich wenigstens noch das Level zu Ende. Kein Bock mehr. Oh, jetzt bin ich wieder klein. Das Level ist doch scheiße. Egal, mit mir. Ich muss es irgendwie schaffen, dass wir es wieder größer werden. Ach, wenn ich da umgegenspringen werde ich auch wieder. Nimm Yoshi los. Ist nicht groß geworden. Okay, okay. Hier müsste es doch wieder was größer werden. Nein, naja. Egal. Größer bringt uns nicht wirklich viel, aber besser ist nichts. Das bringt mir nix. Das bringt mir nix. Ah, doch. Ja. Ah, nicht kann ich schießen. Ah, wieso wusste ich das nicht? What the fuck, Alter. Voll auf K, irgendwie Brain und so. Ach, ne. Oh. Das ist doch scheiße. Nur weil ich da unten nicht dran kam. Oh, jetzt hab ich volles Problem hier. Richtig dicke Problem. Weil ich kann ihn nicht wegmachen, die alle. Und er bewirft mich mit diesen Scheißen. So. Geil, jetzt kann ich die wegmachen. Zack. So. Egal, Eisblumen möchte ich deswegen noch wieder kriegen. Hui. Oh, ich sehe gar keine Eisblume mehr. Yay. Egal, zwei Leben haben wir wenigstens noch dazu bekommen. Aber wir sind wieder kleiner. Yay. Okay, dokey. Und ja, mit diesem schönen Level verabschiede ich mich heute von euch. Und sage dann, ciao und bis zum nächsten Mal.